Der peruanische Fotokünstler Piero Pereira hat seinen ganz eigenen Stil erschaffen. Eine Art Action-Painting auf nackter Haut. Alles, was er dafür braucht, ist ein Aktmodell, jede Menge Farbe und Musik. In seinem Studio in Lima lädt Pereira zur Kunst-Session vor weißer Leinwand und hält das Ergebnis mit der Kamera fest. Ich arbeite mit Tänzern, die dazu in der Lage sind, sich zu Musik zu bewegen und mit ihrem Körper Formen darzustellen. Ich arbeite immer mit Musik. Es ist wie ein Tanz, der uns gehört, dem Künstler, den Farben und mir. Die jungen Mädchen sind von Kopf bis Fuß mit Farbe bedeckt und bewegen sich, während ich die Fotos mache. Die Kamera ist mobil. Ich verzichte aufs Stativ, damit ich besser mit der Kamera spielen kann, auch mit den Belichtungszeiten. Alles ist in Bewegung und langsam entstehen die Formen, die mit dem Hintergrund verschmelzen. Pereras jüngstes Projekt mit dem Titel Corpografia DOS ist derzeit in der Galerie Yvonne Sanguinetti in Lima zu sehen. Er ist in der Galerie Yvonne Sanguinetti in Lima. Untertitelung des ZDF, 2020